Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen Freitagmorgen in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Kann euch schon mal vielleicht ein schönes Wochenende wünschen. Heute ist Feiertag, zumindest in Bayern. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ansonsten guten Start ins Wochenende. Momentan trainieren wir bei ungefähr 16.770 US-Dollar. Short Take Profit habe ich gerade in die Telegram-Grube gepostet. Habe ich jetzt schon genommen. Warum, erkläre ich jetzt einfach gleich im Video. Und ja, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne auch in die kostenlose Talk- und Signalgruppe natürlich joinen, damit ihr keine Trading-Signale mehr verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht, beziehungsweise eins noch. Ich habe ja gestern ein New Eternal Live-Video hochgeladen. Guckt euch gerne das Projekt an. Also ich bin da echt voll überzeugt. Wenn es euch interessiert, einfach letzte Video angucken. Und ja, Link und alles, Whitepaper und so, ist alles unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Und zwar momentan, wie gesagt, 16.770 US-Dollar. Habe, wie gesagt, gerade eben gesagt, okay, wir machen Take Profit 1 jetzt schon. Einfach aufgrund, ja, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht so wirklich, ob wir jetzt da wirklich noch hier unten diesen Wick holen. Deswegen lieber auf Nummer sicher. Stop-Loss-Entry. Take Profit 1 gesichert. Damit haben wir jetzt erst einmal Ruhe. Warum sind wir gestern hier reingegangen? Für mich war das alles ein bisschen eher so ein korrektives Hoch. Deswegen sind wir hier am 0,5er Fibonacci Retracement Level reingegangen. Wurde fast auf einen Dollar, ich glaube, ein, zwei Dollar genau abgeholt. War wieder ein bisschen knapp. Hätte auch wieder in die Hose gehen können. Aber dieses Mal Glück mit uns gewesen. Und ja, daraufhin habe ich ja auch gestern dazu gesagt, okay, die Order, die wir hier unten hatten. Wir hatten ja vorher noch eine Long Order. Die ist jetzt damit invalide für mich. Hat einfach nicht mehr gepasst. Also wenn wir jetzt erst unten runtergegangen wären und die Long Order geholt hätten, wäre perfekt gewesen. Dann wäre die natürlich noch valide gewesen. Aber dadurch, dass wir erst einen Short geholt haben, die Long Order, die hier unten noch gesetzt wurde, rausgelöscht. Damit nicht mehr aktiv. Ja, wie geht es jetzt weiter? Im Endeffekt hat sich an den Leveln, die wir im Auge behalten sollten, nicht viel geändert. Wir haben jetzt Take Profit 1 genommen. Einfach auf Nummer sicher. Ziehen uns jetzt hier nochmal das Fib-Level ganz kurz dazu. Take Profit 2 habe ich jetzt vorhin noch dazu geschrieben. Machen wir hier unten bei den 16.670. Einfach aufgrund dieser 1-Stunden-Demand. Wir haben den Vektor da unten. Also das heißt, da unten kommt eine Menge Support rein. Deswegen würde ich einfach den Support, beziehungsweise den Take Profit 2 einfach ein bisschen kurz davor legen. Und möglicherweise, und das ist jetzt gerade eben die Überlegung, dass wir da unten dann eine neue Long Position aufmachen. Warum? Vektor, 1-Stunden-Demand-Zone. Da kommt vieles für mich zusammen. Und dann, dass wir übers Wochenende möglicherweise dann hier unten eben diese Gegenreaktion nochmal nach oben bekommen. Für mich sind die 17.300 US-Stunden noch nicht abgeschrieben. Das ist immer noch so ein Bereich, den wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Beziehungsweise, weil halt hier oben eine Menge, Menge Liquidität liegt. Trotzdem möchte ich jetzt momentan kein Risiko eingehen. Nochmal einen neuen Long Trade hier erstmal aufmachen. Wir warten jetzt mal unten hier unten auf die 1-Stunden-Demand-Zone. Wir blicken gleich nochmal dazu auf die Vektor-Candles. Denn, wir haben ja darüber gesprochen, normalerweise kommt der Kurs immer dahin zurück, wo er die Woche begonnen hat. Und das wäre hier unten dieser Bereich bei den 16.560 US-Dollar. Deswegen möchte ich dann auch eher den Long Trade hier unten platzieren. Bei eben diesen 16.680. Weil das Risikomanagement dann einfach viel, viel geringer ist. Das heißt, wenn wir hier unten reingehen würden, hätten wir einen Risk von 0,7%. Und gleichzeitig läuft natürlich auch noch der Short weiter. Sollte ja nicht vorher ausgestoppt werden. Passt für mich ehrlich gesagt ein bisschen besser. Außerdem haben wir unten nochmal so eine ganz, ganz kleine Vektor-Candle, die auch noch gefüllt werden könnte. Das ist jetzt einfach nur mal so die Erklärung. Für mich momentan noch kein wirkliches Bounce-Anzeichen. Das war jetzt alles korrektiver Natur. Das heißt, wir hatten unseren Peak nach oben. Haben es dann nochmal versucht, sind aber nur ins 0,5er gekommen. Deswegen der Short Trade. Und jetzt erstmal gucken, dass die Reise noch ein bisschen nach unten hin fortgesetzt wird. Das sind jetzt die Level, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Die 16.680 für einen potenziellen Long Trade. Ansonsten die 16.500 US-Dollar für die Psy-Range, wo der Kurs normalerweise früher oder später wieder zurückkommen sollte. Ansonsten ganz kurzer Blick in den 4-Stunden-Timeframe. Auch hier lohnt es sich ganz kurz reinzugucken. Wir haben keinerlei Divergenzen momentan mehr. Also hat sich schön jetzt ausgespielt. Wir haben ja vom RSI aber noch deutlich, deutlich Luft nach unten. Würde dann eher dafür uns in die Karten spielen für die 16.500er Marke. Ansonsten kriegen wir jetzt nochmal wieder erwarteten Push. Könnte das eher darauf hindeuten, dass wir jetzt wirklich hier oben diese Liquidität bei 17.300 US-Dollar holen. Das wäre für mich ein ganz klares Short-Signal hier oben nochmal, wo wir es nochmal probieren können. Der Long läuft natürlich noch. Also wir sind hier gut vorbereitet für jegliche Situation. Trotzdem hier oben die Liquidität ist einfach zu verlocken, meines Erachtens nach klar. Es würde bedeuten, wir haben unser übergeordnetes Falling Wedge. Das mache ich jetzt auch nochmal ganz kurz auf. Es ist weiterhin valide für mich. Also weiterhin haben wir hier dieses übergeordnete riesige Falling Wedge und würde dann bei 17.300 US-Dollar auch brechen. Deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen dann, ob wir dann einen impulsiven Move gehen. Deswegen habe ich auch noch keinen Take Profit 3 für unseren Long festgelegt. Weil sollten wir wirklich einen impulsiven Move kriegen, der dann wirklich hier alles zerbricht. Ich sage jetzt mal Richtung 20k. Da möchte ich nicht zwischendrin die ganzen Profite versauen. Deswegen, wir warten jetzt erst einmal ab. Wir müssen von Level zu Level auf jeden Fall denken. Und jetzt nicht hier schon Richtung 20k. Aber momentan, wie gesagt, die meiste Liquidität liegt einfach über uns. Gut, dann gehen wir zu Ethereum rüber. Auch hier läuft es weiterhin in der Short. Wir haben wieder nur so ein korrektives Hoch in Richtung 1257 bekommen. Warum wir da nicht Short gegangen sind? Wir haben schon Short offen. Also wurde ich gestern auch gefragt, ja, bei Ethereum auch Short. Aber ich habe gesagt, nee, machen wir einfach nicht, weil es macht keinen Sinn. Wir haben eine Short offen. Warum sollen wir jetzt nochmal ein Risiko eingehen und uns damit den anderen Shorten möglicherweise versauen? Deswegen, den lassen wir jetzt erstmal noch laufen. Take Profit 2 wie weiterhin 1242. Take Profit 3 1233. Warum? Vorm Golden Pocket. Hier erwarte ich mir dann zumindest eine erste Gegenreaktion. Hier unten in diesem Bereich sollten wir da hinkommen. Und dann zumindest nochmal ein Bounce. Sonst, das wäre dann noch die nächste Long Opportunity für uns, nachdem einer zu ist und der andere läuft ja natürlich noch. Trotzdem, auch hier, kurzer Blick auf die Vector Candles, um sich das auch nochmal anzugucken. Wir haben halt hier schon noch ordentlich Bedarf, hier einfach nochmal runter zu kommen bis sogar 1200 rein. Also da müssen wir extrem, extrem aufpassen. Passen würde es hier oben mit dem Golden Pocket, mit dem Last Week High und dem Monday Open. Also da kommt schon eine Menge, Menge zusammen. Aber trotzdem, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Einfach, dass wir jetzt nicht hier überstürzen und versuchen, hier jeden Mist einfach mitzunehmen. Nur, weil hier signifikante Level reinkommen. Wir sollten mit dem zufrieden sein, was wir bisher laufen haben und jetzt einfach nichts überstürzen. Deswegen wirklich auch hier Level zu Level denken. Volumen nimmt ab. Spricht eher dafür, dass wir hier doch nochmal runter gehen zumindest. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Reaktion da ist, wie viel Volumen da reinkommt. Wenn da ein riesen Volumenpeak reinkommt, würde ich auch nicht sofort beim ersten Test da unten reingehen, sondern erwarten, dass wir nochmal da runter kommen. Wieder die Liquidität, die da unten liegt, einfach rausholen. Und dann passt es auch. Deswegen, Ethereum wenig geändert. Wir haben aber auch hier weiterhin, um die Level hier mal ein bisschen weiter oben anzugucken, bis ungefähr 1300 US-Dollar eine Menge Liquidität liegen. Einerseits in Form des übergeordneten großen Golden Pockets bei ungefähr 1270 US-Dollar. Dann, wir haben die 1-Stunden-Supply-Zone und wir haben noch eine Ineffizienz. Also hier oben kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Aber, wie gesagt, wir warten jetzt erst einmal. Sollte hier unten die Gegenreaktion kommen, mit so einem kleinen doppelten Boden, wäre das natürlich perfekt der Entry nochmal für uns, um die letzte Bewegung, sag ich mal, hier hoch in diesem Bereich einfach mitnehmen zu können. Also das sind so die Bereiche, die ich jetzt erstmal im Blick behalte und die meines Erachtens nach auch für die Woche entscheidend sein könnten. Aber, so, jetzt kommen wir zum großen Aber. Wir schauen uns heute nochmal die News an und zwar stehen heute wichtige Daten an. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, 200.000 ist prognostiziert. Das ist mir ganz ehrlich ein bisschen zu wenig, dafür, dass der Arbeitsmarkt sehr, sehr positiv momentan ist. Wir haben ja gestern die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenhilfe oder Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen, die deutlich, deutlich besser waren. Das heißt, der Wirtschaft geht es einfach viel, viel zu gut. Schlechtes Zeichen für uns, gutes Zeichen für die FED. Und es kommt noch die Arbeitslosenquote mit 3,7% um 14.30 Uhr. Also 14.30 Uhr wird meines Erachtens nach nochmal deutlich mehr Bewegung reinkommen. Darauf bitte mal ein bisschen achten. Ich rechne, dass die News positiv für die Wirtschaft sind, negativ für uns. Das würde dann eher wieder dafür sprechen, dass wir eben diesen Gang nach unten hin ansetzen. Gut, dann ganz kurz noch die News, die ich noch nicht aktualisiert habe. Kennt ihr ja von mir. Coinbase muss 50 Millionen Dollar Strafe zahlen. Schade. Wirklich schade. Ihr seid eh zu teuer. Egal. Wenn euch der Artikel interessiert, gerne in die Telegram-Gruppe reinjoinen. Da wird immer alles gleich gepostet. Ansonsten bei CryptoGuru vorbeischauen. Und ja, später kommt dann noch XRP-Video. Und ja, das war es dann von meiner Seite. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne in die Telegram-Gruppe reinjoinen. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen und einen Kommentar mit euren Altcoin wünschen. Würde ich mich richtig darüber freuen. Und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.